Fashion Week in Sao Paulo. In der brasilianischen Wirtschaftsmetropole zeigen diese Models die Kollektion des Hauses Cori für den kommenden Sommer. Luftig und mit viel Bein. Die Veranstalter erwarten an die 100.000 Gäste bei der bis Freitag laufenden Modewoche. Zum schönen Schein gehört das perfekte Make-up und natürlich Pediküre. Die Sommermodenschauen der Fashion Week Sao Paulo finden bisher im Juni statt. Sie wurden erstmals vorverlegt, um besser in die internationalen Kalender der Modebranche zu passen. Modehäuser sollen mehr Zeit bekommen, um die hier gezeigten Modelle auch an den Handel auszuliefern. Auf dem Catwalk sind diesmal 25 Häuser vertreten, darunter Animale mit Topmodel Carly Closs aus den USA und einigen aufreizenden Kreationen.